Bekommen Veganer und Veganerinnen seltener einen Herzinfarkt? Können wir vielleicht mit einer pflanzenbasierten Ernährung unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren? In diesem Video wollen wir euch über die aktuelle Studienlage aufklären und geben euch auch ein paar Tipps, wie ihr einiges für eure Herzgesundheit tun könnt. Hallo, mein Name ist Dr. Markus Keller. Ich bin Ernährungswissenschaftler am Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Schön, dass du wieder dabei bist. Laut Weltgesundheitsorganisation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Killer Nummer 1. Im Jahr 2019 waren sie für etwa ein Drittel aller weltweiten Todesfälle verantwortlich. Auch in Deutschland ist das ähnlich. Hier entfallen etwa 35 Prozent aller Todesfälle auf Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und sind damit auch die häufigste Todesursache. Außerdem sind sie nach Angaben des Statistischen Bundesamts der Kostenverursacher Nummer 1 im deutschen Gesundheitssystem. Das waren im Jahr 2015 46 Milliarden Euro. Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen im weiteren Sinne alle Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße. Im engeren Sinne sind damit Erkrankungen gemeint, die auf arteriosklerotischen Veränderungen der arteriellen Blutgefäße beruhen. Die Atherosklerose ist eine krankhafte Verdickung und Verhärtung der arteriellen Blutgefäße. Und Arterien sind die Blutgefäße, die sauerstoffreiches Blut vom Herzen zu den Geweben transportieren. Häufigste klinische Ausprägung der Atherosklerose ist die koronare Herzkrankheit, kurz auch KHK oder chronische ischämische Herzkrankheit genannt. Dazu zählen beispielsweise Angina pectoris, Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörung oder auch der Herzinfarkt. In der Folge wandern dann zum Beispiel bestimmte weiße Blutkörperchen, auch die Thrombozyten, das sind die Blutplättchen, in diese Gefäßwand ein. Später kommt dann auch LDL-Cholesterin dazu und das reichert sich weiter an. Es bilden sich sogenannte Atherosklerotische, das sind entzündliche Plaques, also Ablagerungen. Und dann wird das immer mehr. Es kommen noch Bindegewebe, Zellen dazu, Kollagen zum Beispiel. Es kommen Muskelzellen rein und auch Calcium-Salze. Und das sagt dir bestimmt was. Daher kommt nämlich dieser Begriff Arterienverkalkung. Jetzt werden diese Ablagerungen immer mehr. Die Gefäßwand verdickt sich immer weiter. Der Durchmesser verringert sich und dadurch wird natürlich der Blutfluss behindert und auch die Sauerstoffversorgung der Gewebe beeinträchtigt. Auf diesen Ablagerungen, diesem Plaques, sitzen sogenannte Kappen drauf und durch den Blutfluss können die reißen. Das heißt, diese Kappe entfernt sich, wird weitertransportiert und im Extremfall kommt es dann zu einer Thrombose, also einem kompletten Gefäßverschluss. Betrifft das jetzt eine Koronar-Arterie, also die Blutgefäße, die das Herz, den Herzmuskeln mit Sauerstoff versorgen, dann sprechen wir von einem Herzinfarkt. Es kommt also zum Absterben von Herzmuskelzellen, weil dort eben kein Sauerstoff mehr ankommt. Und findet jetzt dieser Gefäßverschluss in einer Arterie, die das Gehirn mit Blut versorgt, statt, dann sprechen wir von einem Schlaganfall. Was sind jetzt die Ursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Da gibt es vor allem zwei Hauptgruppen. Einmal Einflussfaktoren, die wir nicht beeinflussen können und Faktoren, die wir teilweise sehr gut beeinflussen können. Zu den nicht beeinflussbaren Faktoren zählen vor allem das Alter. Mit steigendem Lebensalter steigt auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist die genetische Veranlagung, wenn eben in der Familie gehäuft zum Beispiel hohe Cholesterinwerte vorkommen, dann bin ich eben entsprechend vorbelastet. Und als drittes, tut mir leid Jungs, die Männer sind häufiger betroffen als die Frauen. Jetzt gibt es aber auch beeinflussbare Faktoren. Das heißt, dort haben wir schon ein wenig mehr in der Hand, ob wir unser Risiko steigern oder vielleicht senken. Das sind zum Beispiel Rauchen, Bewegungsmangel, Stress, bestimmte Vorerkrankungen wie Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und auch die Ernährung. Momentan geht man davon aus, dass wir durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwa um 50 Prozent senken können. Wie sieht das jetzt bei einer pflanzenbasierten Ernährung aus? Können wir durch eine vegetarische oder vegane Ernährung unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern? Wir müssen ein bisschen differenzieren. Zum einen zeigt die Studienlage sehr klar, im Prinzip ja, denn die Menschen, die eher pflanzenbasiert sich ernähren, sind von den kardiovaskulären Risikofaktoren seltener betroffen als Menschen mit einer üblichen Mischkost, die viele tierische Lebensmittel beinhaltet. Pflanzen-Essner haben ein geringeres Körpergewicht, im Durchschnitt einen geringeren Taillenumfang, niedrigeren Blutdruck, niedrigere Blutzuckerwerte und auch geringere Konzentrationen an Gesamt- und LDL-Cholesterin im Blut. Was das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung zu erkranken oder zu sterben betrifft, da ist die Studienlage jetzt nicht so ganz eindeutig. Schauen wir mal in eine aktuelle Meta-Analyse rein, die 2022 veröffentlicht wurde. Eine Meta-Analyse heißt, da werden verschiedene Studien zusammengefasst und sozusagen als eine Studie betrachtet, gemeinsam ausgewertet, sodass man auf mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommt und dadurch auch die Aussagekraft der Studien erhöhen kann. Auf der Abbildung sieht man jetzt ganz schön acht Studien, die in diese Analyse eingeflossen sind, in der jeweils Vegetarier und Vegetarierinnen, da sind die vegan lebenden Menschen schon eingeschlossen, mit den Fleischessern und Fleischesserinnen verglichen wurden. Man sieht ganz schön, dass diese schwarzen Quadrate links von der 1er-Linie liegen. Das heißt, ganz einfach gesagt, das Risiko war niedriger als bei den Fleischessern und Fleischesserinnen. Ganz unten sehen wir jetzt noch diese kleine Raute. Dort sind sozusagen die Ergebnisse aller Studien gemeinsam zusammengefasst ausgewertet und auf der rechten Seite steht dann auch die Zahl, das Ergebnis, nämlich 0,85. Das heißt, dass die vegetarischen Gruppen einschließlich der veganen im Vergleich zu den Kontrollgruppen, die also Fleisch gegessen hatten, ein signifikant um 15 Prozent verringertes Risiko hatten, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Wurde jetzt nochmal nach den verschiedenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen unterschieden, dann hat sich gezeigt, dass bei der ischämischen Herzkrankheit der Vorteil noch größer war. Da hatten die pflanzenbasierten Gruppen sogar ein um 21 Prozent verringertes Risiko. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie die Sache aussieht, wenn die Veganer und Veganerinnen getrennt von den vegetarisch lebenden Menschen betrachtet wurden. Schauen wir erstmal die oberen beiden Bereiche an von der Abbildung. Es geht jetzt um den Vergleich vegan versus Mischkost. Und auch hier sieht man, dass das Risiko einmal für die Herz-Kreislauf-Erkrankung insgesamt links von der 1er-Linie sitzt. Diese Raute zieht sich nach links. Und auch bei den ischämischen Herzkrankheiten geht die Raute nach links. Allerdings, wenn wir das jetzt genauer anschauen, statistisch, auf der rechten Seite sehen wir, dass eben dieser Bereich, man sagt da Konfidenzintervall, bis zur 1 geht. Und das würde jetzt heißen, der Unterschied ist nicht signifikant. Also das ist nicht sehr aussagekräftig. So, und unten geht es jetzt um den Schlaganfall, das Schlaganfallrisiko. Und schaut euch dort mal die Raute an. Die geht jetzt in den rechten Bereich. Und die Zahl dahinter heißt 1,17. Das heißt, wir könnten jetzt erstmal sagen, Veganer und Veganerinnen haben ein 17 Prozent höheres Risiko für einen Schlaganfall als die Kontrollgruppe. Also die Menschen, die dort auch Fleisch und andere tierische Lebensmittel konsumiert haben. Aber auch hier zieht sich diese Raute etwas in die Breite. Das heißt, sie geht auch über die 1er-Linie. Auch hier würden wir sagen, das ist nicht signifikant. Wir können also zusammenfassend sagen, auch hier zeigt sich eine gewisse Tendenz, dass Veganer und Veganerinnen für sich betrachtet auch ein geringeres Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allerdings eben möglicherweise ein höheres Risiko für Schlaganfall. Was hier ganz wichtig ist, es sind, das seht ihr hier auf der linken Seite, jeweils nur sehr wenige Studien. Einmal drei und beim Schlaganfall sogar nur zwei Studien. Das heißt, relativ wenige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die vegan leben. Und insofern ist die Aussagekraft dieser Auswertung einfach mit Vorsicht zu genießen. Wie sieht es jetzt aus, wenn Menschen schon eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben? Hilft dann vielleicht auch eine pflanzenbasierte Ernährung? Und dazu gibt es auch eine sehr interessante Studie, die 2021 erschienen ist. In der Studie hat Neil Barnard mit seinen Kollegen und Kolleginnen die Effekte einer fettarmen, veganen Ernährungsumstellung mit einer Umstellung auf eine mediterrane Ernährung verglichen. Nämlich bei 62 übergewichtigen Erwachsenen. Das Ganze lief im sogenannten Crossover-Design ab. Das heißt ganz einfach, dass sich in der ersten Hälfte der Studie die eine Gruppe auf eine vegane Ernährung umgestellt hat und die andere auf eine mediterrane Ernährung. Das Ganze lief dann erst mal 16 Wochen. Dann gab es vier Wochen Umstellungspause und die Gruppen haben getauscht. Das heißt Crossover, die Gruppe, die sich vorher vegan ernährt hat, hat jetzt die mediterrane Ernährung praktiziert und die mediterrane Gruppe hat sich auf die fettarme vegane Ernährung umgestellt. Auf der Abbildung ist jetzt dargestellt, wie sich das Gewicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickelt hat. Und hier sieht man ganz schön, dass in der linken Hälfte bei der veganen Gruppe das Körpergewicht runterging, aber bei der mediterranen Gruppe so gut wie nicht. Und nach der Umstellung die mediterrane Gruppe sogar wieder ein bisschen zugelegt hat und die neue vegane Gruppe Gewicht verloren hat. Es hat sich also gezeigt, dass die vegane Gruppe viel effektiver Gewicht verloren hat als die mediterrane Gruppe. Auch die Blutfette haben sich in der veganen Gruppe deutlicher verbessert als in der mediterranen Gruppe und ebenso die Insulinsensitivität. Den Begriff, den kennt ihr bestimmt schon aus unserem Diabetes-Video. Falls nicht, unbedingt anschauen. Auch der Blutdruck konnte gesenkt werden, jedoch bei beiden Ernährungsgruppen etwas stärker sogar bei der mediterranen Ernährung. Woran genau könnte das jetzt liegen, dass Menschen, die sehr pflanzenbasiert essen, tendenziell eben ein verringertes Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Studien zeigen, dass ein höherer Verzehr von Nüssen, Vollkornprodukten, aber auch Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen effektiv reduzieren kann. Und das sind ja genau die Lebensmittelgruppen, die von Pflanzenfreunden auch vermehrt gegessen und konsumiert werden. Ein weiterer Faktor, der hier sicher eine Rolle spielt, ist, dass Menschen, die vegetarisch oder vegan leben, eben kein Fleisch und keine Fleischprodukte essen. Und diese haben sich auch in vielen Studien als unabhängiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen herausgestellt. Wenn wir jetzt mal von den Lebensmitteln auf die Nährstoffe übergehen, sehen wir eben auch Erklärungsmöglichkeiten für diese Vorteile. Zum einen ist eben das Fettsäurenprofil, das heißt die Zusammensetzung der Fettsäuren in den pflanzlichen Lebensmitteln meist günstiger. Es sind eben weniger gesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren vorhanden, die dann sich günstig auf unsere Blutfette auswirken. Dann liefern pflanzliche Lebensmittel, vor allem eben die Vollkornprodukte, Ballaststoffe, die sehr effektiv auch den Cholesterinspiegel senken können. Die Phytosterine, das sind so bioaktive Substanzen in verschiedenen Lebensmitteln, die ebenfalls den Cholesterinspiegel günstig beeinflussen. Und wir haben viele Antioxidantien. Und diese schützen zum Beispiel aus Gemüse und Obst das LDL-Cholesterin in unserem Blut vor freien Radikalen, vor Schädigungen. Und das macht das LDL-Cholesterin bei der Arteriosklerose-Entstehung erst richtig gefährlich. Hinzu kommt, wie wir ja schon bereits wissen, dass Veganer, Veganerinnen meist eben deutlich schlanker sind als Menschen, die eine übliche Mischkost konsumieren. Das heißt, seltener von Übergewicht betroffen sind. Und das ist ja wiederum auch ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ganz wichtig, dieser Effekt, dass eben Menschen mit einer pflanzenbasierten Ernährung schlanker sind, das wird in diesen Studien natürlich herausgerechnet, sagen wir, statistisch berücksichtigt, damit wir eben nicht schlanke Veganer und Veganerinnen mit dicken Fleischessern vergleichen, sondern möglichst Menschen, die ein ähnliches Körpergewicht haben, aber sich in der Ernährung unterscheiden. Und dann haben wir trotzdem diese verringerten Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wir uns angeschaut haben. Es gibt aber auch ein paar Faktoren, wo wir vielleicht bei pflanzenbasierter Ernährung noch stärker drauf achten müssten. Es gibt ja auch Risikofaktoren, bei denen Veganer und Veganerinnen vielleicht schlechter abschneiden. Und hier ist an erster Stelle das Homozystein zu nennen. Das ist eine Aminosäure, die ganz normal im Stoffwechsel entsteht, die aber wieder abgebaut werden muss. Nämlich durch unter anderem Vitamin B12. In einigen Studien, vor allem Älteren, hat man recht deutlich gesehen, dass Veganer und Veganerinnen erhöhte Homozystein-Spiegel im Blut hatten. Und Homozystein gilt ebenfalls als unabhängiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil diese Aminosäure eben die Blutgefäße schädigen kann. Inwieweit jetzt diese Homozystein-Werte oder erhöhte Homozystein-Werte vielleicht mit diesem möglichen erhöhten Schlaganfallrisiko zu tun haben, das ist noch unklar. Tatsache ist aber, wenn Menschen, die sich pflanzenbasiert ernähren, stärker darauf achten würden, dass sie gut mit Vitamin B12 versorgt sind, dann wäre vielleicht der Vorteil auch bei den ischämischen Herzkrankheiten noch mal größer als das, was wir momentan in den Studien sehen. Ein weiterer Faktor, der hier eine Rolle spielen könnte, sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Eine niedrige Zufuhr und auch niedrige Blutspiegel an Omega-3-Fettsäuren sind mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Deswegen empfehlen viele nationale oder auch internationale Fachgesellschaften täglich mindestens zwischen 250 und 500 Milligramm dieser langkettigen Omega-3-Fettsäuren zuzuführen. Und die Studien zeigen, dass Menschen, die vegan leben, meistens tatsächlich schlechter mit diesen langkettigen Omega-3-Fettsäuren versorgt sind. Es ist also sicher sinnvoll, auch hier auf eine bessere Zufuhr, bessere Versorgung bei pflanzenbasierter Ernährung zu achten. Und dazu müssen wir keinen Fisch essen, sondern diese Fettsäuren gibt es ja auch in Mikroalgen und damit sind zum Beispiel bestimmte Pflanzenöle angereichert, sodass wir uns damit auch gut mit EPA und DHA versorgen können. Zusammengefasst, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit und auch in Deutschland die Todesursache Nummer 1, aber wir können durch unseren Lebensstil einiges dafür tun, dass wir unser Risiko dafür reduzieren. Eine vollwertige, pflanzenbasierte Ernährung mit vielen Nüssen, Hülsenfrüchten, Vollkorn, Getreide, Gemüse und Obst hat ein ordentliches Potenzial, uns hier dabei zu unterstützen. Gleichzeitig ist es wichtig, bei einer besonders veganen Ernährung auf eine ausreichende Versorgung mit Vitamin B12 und auch den langkettigen Omega-3-Fettsäuren zu achten, dann können wir dieses Risiko vielleicht noch weiter absenken. Wir brauchen auf jeden Fall weitere Studien und müssen auch die vorhandenen Studien noch weiter beobachten, um dieses potenziell höhere Schlaganfallrisiko bei Veganern und Veganerinnen weiter zu untersuchen. Soweit für heute zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung. Schau dir unbedingt auch unser Video Pflanzlich länger leben an, da gehen wir dann auch noch auf weitere Zivilisationserkrankungen ein. Ich freue mich, wenn du für dich was mitnehmen konntest, wenn du Fragen und Anmerkungen hast. Jetzt ist die Kommentarfunktion offen und wir greifen deine Fragen sehr gerne in weiteren Videos auf. Wenn dir das Video gefallen hat, leite es gerne weiter, gib uns einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren interessanten Videos verpasst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, dein Markus Keller.